Mach Screenshots Oh hab ich 555 EPS Auf geht's Fokus Wo gehen wir hin? Ja Ist jetzt schon ein Knife oder was? Wir haben noch nie keine Chance im Knife Ey was ist das denn Ich geh aufm Poptrain Da ist einer Go Boah war echt krass Er hat HIT Oh Das HIT Er hat auch HIT Was für Interplanse man Warst du überhaupt nicht dran Ich hab 2x Links Klick gemacht Der war tot 2x Links Klick Er hatte kein Kevler Er hat ein HIT wegen meinem Ping 130 Shards mit dem Kommt jetzt leider Wir haben 1er Ping Die Cheaten Ruhe Ey wenn die Krassessen kommt Auf geht's 100% Fokus Demos 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 Denkt an die Sachen Ich diffuse David ich will nicht den Ping hören Der Torte hat noch 75 schon Kommt Keine Smoke Keine Smoke Keine Smoke Keine Bone Ich flashe Einmal hoch Sie pushen direkt Dicke entgegen Ich geh High Ramp Einer ist High Ramp weit vorne Ich hab Headshot Onspot noch High Ramp halbe Höhe Die 3 liegt am Kit hinten 3 liegt ein Kit In der Smoke High Ramp Einer Spot Einer Onspot ein High Ramp Auch immerhin das Mauch rum Spot einer da an Ich lebe hier Baut immer noch Baut immer noch Ist egal auf geht's weiter P250 Ey die Runde konnte man nicht gewinnen Ich seke es hätte P52 Expert Auf geht's komm Lass die Eco gewinnen Lass die Eco gewinnen In Richtung Pop Er poppte raus Pop raus Und T-Meter auch 3 Leute am Spot Einer Pop raus Auf dem Spot schon Insel Einer liegt Rückseite MTW Einer ist overall Du kannst chillen David Ich kann's abmauschieren Einer Eco ist noch Schön David Hallo Hoi 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 Cool Pullover anziehen Was brauchst du? Pullover anziehen Ach Gaming Pulli Max du hast immer noch keinen Tag übrigens Kannst du ja nachher machen Nö mach ich jetzt Doch Eco gerade eh Ach So wieder da Ah helle Wenn man dich auch im Clan bin Wie was? Schnell Bei oben und kleine wahrscheinlich auch schon Ich höre schon große Rampe ab Große an entgegen 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 Noch einer an der Eins Hinter der Eins Hinter der Eins Hinter der Eins auf dem Himmel da Nö man Wunderschöne Eco In Gold Ging 2 Alleine Wunderschöne Eco So auf jetzt Auf Jungs Wir haben auf jeden Fall auch extrem viel Geld Ja Vorsicht Wir haben auch viel Geld Wir werden zweimal durchkaufen Falls wir gewinnen sollten Auf geht's Auf geht's Hast du Awe Niko? Ja GmT her Mach den Superschlitz Flash Pop runter einer Supergold Mitte raus Spash Spash Mitte gegen Müsste Hit haben Pop rein Fake Hinterm Pop Einer 79 Milos Das Fake Der war alleine E-Kasten Einer MTW Einer MTW Einer MTW MTW Ich geb er Z Auf Overall Vorsicht Ich flash 6 Overall is down MTV noch und einer neben Wir legen MTV noch einer Max Ich flash einmal Richtung 6 Einer mache 6 Jetzt 6 ist jetzt blind Max Blind Overall vielleicht Max Einer war Pop Glaublich Onspot noch Onspot noch Echt drauf Alter 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 hast du das für Scheiß Mach bitte den mit Weiß nicht Aber egal Ich hätt ihn haben müssen Ich hätt den Free Falcon Pop 84 minus Und dann hätt ich ihn auch gehabt Und dann wäre er auch Anders von offen Weiter weiter Lass mal spekulieren Einfach in die Malle Ach man Ich schmeiß ihn aber außen ein Ach ich schmeiß nix Ich geh auch noch ein Leise Ja gar nichts Wartet einer außen? Ja Seh nichts Seh nichts Blackwalls haben frei Dauer sein dass die KG gehen Also ich seh grad nichts mit Booster 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 mal Max Da vorne Spot durch Ne wir gehen so Laufen 6 hinten Spot da durch Der muss doch oben sein Warte ich weiß nicht Der hat jetzt überall Da oben einer Oben noch Pop 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 Von hinten Einer 5er Auf geht's jetzt Auf geht's jetzt Wichtige Runde Jungs Auf geht's Ja ich sag noch Ja nicht Flash mit dir gegen Mit raus Einer raus Stalt Flash Flasche Am Spot schon Keiner Z rein Bot down Bot down Klein down Ich weiß nicht wo Noch 2 klein Ja einer T mit den 2 klein Verschiebt Der T mit uns erst nachziehen Kleine Rampe Zwei kleine Rampe Versuch dich schnell vor zu gehen 2 liegt noch an der kleine Rampe Ich muss da weg Ander 3 Die Rampe Kleine down Bomme liegt Wo noch? Einer hinter der 3 Drei low Bitter 3 low Bomme liegt an der 3 Und kleine Rampe Drei down Kleine Rampe High Ramp Wahrscheinlich Ich zähl High Ramp Hier ist die Bombe High Ramp So Sauber Nikoman Weltklasse gespielt Doch Job Kann ihm einer legen bitte? Ich lege Ok mach du Auf geht's Die haben wir 10 5 Weil die kriegen nichts gebacken Ich geh wieder hoch Passt jetzt auf Ich hab einfach so einen schlechten Read Das KG auf jeden Fall Lastig gespielt wird David hast du Molotow? Ja Ja Händler schon Ja Flash Flash Mitte gegen Flash Pop gegen Flash auch Das ist Molotow Pop rein Pop raus Piep David Schiep 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 Bin schon drüben Einer MTB down Einer auf der 6 Auf der 6 Noch immer Down KG sich nichts Pop und einer Spot Top und einer Spot Wir haben einen Spot Genau am Spot Einer Bombe am Spot glaube ich Hier mit einer Spot vor Spot vor Spot vor Bei euch Insel Nee das bist du Das bist du Verdammt Pass mal B auf Ich hab eigentlich noch gesehen Haben die die Bombe? Ja Ich hab kleine Ich hab keine Granaten mehr Ich mach nur einen Ministep Ich decke KG von 6 Klein Ich verschiebe Ich schmollert auf große Kleine Rampe Ich verschiebe Ihr seid zu zweit im Großen Ich hab Kleine auch Ich bin nichts Ich bin Foul I ramp down Ich bin Sniper overall Nur Einer Ich ziele KG nur Vom Sniper overall Ich ziele KG nur Vom Sniper overall Von der Nähe hin Gehen wir noch rüber bitte Gehen wir noch rüber Ja ich gehe Ich bin auch Team Mitte Fünf gegen zwei Jungs Unsere Runde Ja ne safe Wo hast du mich mal Johannes auf das Ding? Ja ich wollt grad sagen Kann man hier hochpusten? Pass bitte auf Ich ziele KG ja spät Ich ziele von mit Oben Okay KG Noch einer Fünfer Keine Waffe verlieren Keine Waffe verlieren Immer noch Fünfer Ich ziele ab Nice Sehr sehr gut Man wie ein Wie ein guter Ronnenpolster Das ging nicht Oder? Gehen wir mit denen bitte? Gehen wir mit denen bitte? Gehen wir mit denen bitte? Gehen wir mit denen bitte David Ja Du zielst Ähm Du spottest GetRight Bote ein bisschen weiter vorne Oder nein warte Du wirfst gleich einen Molotow Wenn ich so sag Kleine Rampe oben ja? Mitte einer Wer ist gekauft? Wir haben gekauft Ich geh back Wir haben schon wieder gekauft oder? Wir haben gekauft man Ich hab 16 AP Ich geh def Ich geh def David mach du klein Ich mach den Schieber Junge Niko krasser AP bis der 2 Ja Sehr sehr geil Ich decke MPB nur auf Hyming Mitte ja? Hab sie? Ja Ich hab Pop Füße nur David ich hab kleine Rampe Ganz hinten Aber spotter noch GetRight Pop Flash Wir haben Pop eingenommen Ich hab ich Molotow Pop in die raus und ja? Ja ich mach auch Ne mach du halt einen Ja ich mach T bitte dann Ich hab keine Graben mehr Ich hab keine Graben mehr Ich flash T-Mitte gegen Ich hab T-Mitte gegen Molotowt Einer T-Mitte down Pop gesmoked Pop vielleicht raus T-Mitte Awe Ich flash Awe gegen Pop Hinter 6 Awe Einer Pop So mal kleine Rampe bitte Pop hat Low AP Du musst dich auf Fraction machen Letzter ist unbekannt Ich bin in der T-Mitte Kommen sie dann Zett mal Zett mal Und auf pop Auf pop Ey wie ein bisschen genasch Aber Mann Saubermarten Sehr stark Ne droppen sweating Kauf selber Aber kurz oder lang könnten die jetzt ne Eco haben. Jetzt müssen sie ne Eco haben, ja. David Gatroyd. Ich steh am Spot bereit und steh mit Molotow, ja? Vielleicht noch kaufen, ich weiss nicht. Sauber, jetzt haben sie richtig an den Eiern. 10-5 wird's. Wenn klein kommt Molotow ein paar kleine ist Molotow groß. Bitte nichts. E-Pop, Füße wieder. Kriegen nichts in der Smog. Wenn B kommen sollte, ich verschiebe, ich bin der Erste der verschiebt. Ich hab auch Molotow. Pop was? B runter, Kleiner. Ich verschiebe. Ich schiebe auch. Bleib ich stehen. Wo bist Molotow, die können nicht kommen. Die können MTB einfach mal machen. Große kann jetzt kommen kurz. Große kann kommen. Noch einer Kleiner, zwei Kleiner, beide Kleiner. Ich Molotow Spot, ich Molotow Spot. Lass den nicht legen. Bombe liegt noch, Bombe liegt noch, haben's keine Bombe. So, schön lang. Sehr schön. Schöne Runde, David. Ey Johannes, du willst du mal KG pushen? Ja, können wir, auf geht's. Schleifst du mir? Ja. Oh, smoke hier so da halb ein, okay? Ich stehle dann mit. Ich hab keine Smog. David und ich schmeißen T mit HE. Nein, David, mach klein bitte. Lass mich T mit HE ziehen. Okay, sorry. Max, ich hab keine Smog, ist egal, wir machen ohne. Ja, geh einfach ohne rum, ist egal. Aber T bitte. Nein. Er hat HIT. Er hat HIT 31, Mann. Kargang down. Starke Flash, Mann. Sehr stark, Mann. Kargang, noch zwei, noch einer down. Flashtimer geht es mir. Noch einer T-Mitte. Noch einer T-Mitte. Noch einer T-Mitte. Einer pop vielleicht. Ich MT-Mitte, aber. Pop kann raus. Die Bombe ist weg, die Bombe ist weg, Richtung. Ist Molotow Pop? Aber nicht zu greedy. Ich bin... Muss Damage. Wie stehst du Klein? Ich bin MTB, ich gehe overall. Ich verschiebe Klein. Ja, aber schon Klein, ich hab Große. Ich hab Molotow noch. Ich versuch dann da hinzuschmeißen, wo der... Ich geh High-Ramp. Ich geh High-Ramp bitte, sorry, Mann. Hast du Kargang? Ja. Ich hab Klein, aber von Switch aus. Ich Molotow High-Ramp, wenn deiner ist. Was ich sehe, relativ spät. Einer High-Ramp. Zwei Leute High-Ramp. Kleiner runter. Verschiebe. Kleiner kann entgegenlaufen. Kleiner kann drei entgegenlaufen. Ist nicht. Mach's fake durch. Mach's fake durch. Hopp, 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 hopp. Verschiebe auch über Grund. Die haben noch eine Aave. Sind draußen. Set einer nah. Einer von Z, schön. Worme Down. Worme Down. Noch Spot einer. Am Standard. Hinterm Standard. Einer Z rein, Z rein. Z rein, Z drin. Komm, zähl die Base. David hat den. Nice. Worme Down, Worme Down. Okay, letzter war am Spot eben. Letzter war, glaub ich, Schubkasten. Der ist Z rein. Der wird Aave saven. Der wird Aave saven. Die liegt da. Max, du kannst zählen, dann hast du den. Wo ist die Aave? Von dir, Nico? Max hat eine. Max hat eine. Max hat eine. David, er kann da oben sein. Schöne Runde tapsen, Mann. Ey, wieder so Weltklasse, Mann. Sehr, sehr gut, Leute. Ich legte die Aave an die Kunde. Ja, rechts. Ich hab Molotov wieder. Kommt jetzt. Einstattig runter, Mann. Komm, fokus. Zähl 5 einfach. David, mach alleine wieder. Ich zähl mit der Füße. Aave wird wieder auf Tracker in Aave. Mitte! Wunder Fuß, hin! Self-Gall! Die Molotov. Füße auf Wand-Hit. Er hat einen Hit. Er hat einen Hit. Treffen nicht hin. Hop raus! E-Karfe! KG einer! Schiebe! Ich schiebe, David. David bleibt noch! David bleibt noch! Ja, ich schau kleiner! 2! Einer Spot! 2 Spot! KG kommt! Bombe League! Bombe Down! Einer T-Mitte noch! Molotov! Noch einer KG, MTW! MTW schon! Ich flashe MTW! Einer Stromkasten in der T-Mitte! Einer Stromkasten in der T-Mitte! Stromkasten in der T-Mitte! Ab ich den! Stromkasten in der T-Mitte! Ja, du hast ihn, David! Aave! AWP-Terror-Grundlinie! Blow! T-Mitte! Aave! 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 David, komm vor! Alle zusammen! T-Mitte! Links im Eck! Ich geh auf den Zug rauf! Geh def! Er hat Bombe- Es ist nichts rüber gesprungen. Ich bin weg. Ist da was, Max? Oh, meiner down. Ich weiß nicht, ob ich es kommt. Einer KG. Ich geh def einfach. Ich hab kleine wieder. Rest Molotow, Max. Ich geh heaven. Lass komplett def spielen, bitte. In die Füße, David. Ja, einer B, zwei B. Wir können pop raus. Okay, ich verschieb Z. Einer war eben noch. Einer war noch. Der ist irgendwo. Der ist irgendwo. Die Bombe. Ich hab T-Mitte von... Okay, er ist... Backballs ist Richtung oben. Er ist oben. Ist zurück. Ich decke, dass er kommt nicht raus. Die Bombe liegt... Die Bombe liegt kleine Rampe unten. Oh mein Gott. Sorry, dann verschiebe ich. Ich bin T-Mace. Er will die Bombe holen. Sehr, sehr gut wieder. Wieder ist gut. Ein Toter, kein Problem. Komm, wir haben Money-Polster. Polster. Auf geht's. Keine Runde mehr zu lassen, Alter. Hast du guten Spawn, Max? Ja, ist egal. Dann geht's. Schmeiß Mitte in der HE. Was den machen? Ja, Hiram, David. Ja, ich steh wieder auf Flash. Den mit deiner Rauf in den Blinden-Schromkasten. Braun! Hast den! Was P auf jetzt? Immer kontinier. Schaust du um noch Reiko? Ja. Ich hab keine Granaten mehr, Max. Ich auch nicht. KG kommt jetzt. Glaub ich. Ich kann sechs Flashen. Kannst du flashen? Nee. Lass ziehen, lass ziehen beide. Komm, 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 Max. Let's go. KG, einer. KG, zwei. Max, nicht mehr ziehen. Max, ich kann nur noch Flashen. Einer ist low. Flash einmal jetzt. Sie kommen noch vor. Flash zweimal. Pfiff gegen vier Jungs. Ich geh zurück. KG ist zurückgedrängt. Der war zwei. Der war zwei. Ich geh jetzt zum Kleinen. Das ist schon Oli-Hack-Fake. Du aimst oben rein, Nico? Ja. Gut, den geh ich vor an Füße. David. Ist einer relativ schnell da? Popf Füße, ja. Drei Flashes, oder? Drei Flashes, oder? Hopp nichts. Hopp raus, hopp raus. Warten Schäpe. Ich pushe. Hopp wieder rein, glaub ich. Ist einer von euch MTV? Ich geh mit einer raus. Ich geh mit einer zwei. Ich geh mit einer zwei. Ich geh da. E-Kasten. Einer sechs, sechs, sechs. Jetzt gleich nur fünf. Der hat's. In der fünf, in der fünf, in der fünf, in der fünf. War noch einer. Sag du bitte C-Tro. Der ist down. Er plant der Standard. Bombe liegt. Die Übergrundlinie, ja. Einer war Pop, glaub ich. Warte, 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 warte. Einer On-Spot, On-Spot, On-Spot. Na ja, ich mach. Sehr schöne Runde, Jungs. Ich defuse, ich defuse. Ey, wie wir sie vergewaltigen, man. Weiter so. Ja, aber das andere Spot ist eigentlich, aber egal. Sorry. Ja, ich dachte halt, hinter sechs, zehn. Insel, mach immer Insel. Weiter, weiter. Oder halt CT-Spot. Ich geh mit aus, Martin. 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 Bleib mal Z, Martin. Lass Kargan pushen, Max. Ich hae eh einmal wieder Mitte. Und dann... Passt auf Eco auf, Jungs. Ja, dann geht, wenn ich zurück, David. Ich bin weit weg. Nix darauf. Ja, okay, dann nee. Das nicht. Das nicht. D mit der HAI. Aber ist nichts. Jetzt zu David. David, wo Molotowst du? Wo soll ich Molotow sein? Ich hab schon gemolotowt. Ich bin groß Rampe auf. Ich geh heaven. Dann Molotow ich sobald du Kontakt hast, ja? Ja. Einer ist weit, Wolls. Ich geh def. Nein, ziel weg, Wolls. Bitte ich, Molotow. Max, du töd ich dich. Einer durch. Einer durch, Mann. Scheiße. Ich bleib get right, ja? Soll ich verschieben? Ich geh groß Rampe erst. Kann ein Aave zielen, bitte hier? Ich glaub, das wird ein Kleingau. Wir haben Kleingau noch nicht angemessen. Soll ich die Flash nennen? Groß Rampe sehe ich nichts. Nee. Aave zielt! Bitte herkommen. Ja, ich komme. Wo zielen? Einfach kleine. Ja, ich hab keine. Oder bleib hier hinter die drei. Zwei und Ziel. Von da hin. Ich hab große nur auf... auf Timing. Vier große vorm Spot. Ich die kleine nicht. Pop Smoke! Fleisch fake nur. Mit MTB. Groß Rampe, was? Hier, go! Hier, go! 100%! 100% go! Ich ziele kleine. Klein! Klein raus! Einer hinterm Spot. Minus 94. Minus 94 HE auf Spot. Der ist down. Down. Sehr gut. Mega down. Jetzt sagen, wo ihr deckt. Ich flashe. Ich geh kleine. Große. Ich geh kleine. Große. 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 Große lebt noch. Große. 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 Große noch. Große noch. Ach, man. Weltklasse, man. Weltklasse. Ich hätte nichts. Wir spielen so gut gerade. Okay? Ja. Wir sind... Ja, okay. Ich gehe als erstes. Flashmaker. Ich flashe so wie gerade, ja. Ja, diesmal gut. David, du bist alleine, ja? Ja. Dem Z nah. Open Step. Mitte raus! Alter, schon am Spot. Kargang frei! Mitte könnte Hit haben! Ich push Kargang zu hier. Alter, schon am Spot, glaube ich. Ziel Mitte. AWP, Ziel 6. T-Base, einer. Einer hinter der 6. Der läuft jetzt. T-Base down! MTB, MTB, MTB! Geh jetzt recht, man! MTB down! Ich flashe der 6. Ich flashe der 6. Er plantet. Unspot muss ja sein. Alter, Z! Set down! Pop! Pop! Pop low! Wie das 50. Pop down! Letzter war T-Matic, glaube ich, oder? Nicht sicher. Weiß ich nicht. Schmech die Misch! Schmech die Misch! Und Diffuse! Mach! Pop! Pop! Sehr schön, Jungs, Mann! Sehr schön, Jungs, Mann! Sehr gut! Krass, Jungs, Mann! Sehr gut, Mann! Sehr gut, Mann! Machen wir! T-Tier ist gleich auch mit versprochen! Mann, wir sind viel besser als Server! Wir sind immer! Ja! Auf geht's! Das machen wir, Mann! Einfach wie besprochen! Machen wir easy, Mann! Ja! Dann riemen wir ganz schnell! 6-9! Wir spielen mit Bombe KG, ja? Wir spielen mit Bombe KG, ja? Ja! Goal! Goal! Mertesacker ja vorne drin, ey! Der Metzger! Los, Jungs! Auf geht's! Auf geht's! Einfach wie die letzten zwei PCWs, ey! Hat richtig gut geschafft! Ja! Ich nehme nicht die Bombe, ich bin Gesichtmacher! Ich habe Granaten, ne? Ja! Flux! Gut, ich habe es jetzt beim Abdecken, ja? Den Fokus, den du überhaupt haben kannst, wenn du abdecken, falls du ihn pushen hast! Das du ein Gesicht hast! Hab ich letztes Mal auch! Okay, gut! Ich sag bitte nur, ja? So! Chill! Wir haben KG gesmoked! Wir haben gleich die Nade kommen! Bereit! Warten kannst, ja? Kommt! Links KG! Zwei pushen hier! Drei pushen hier! Ja, ey! Die gehen jetzt pop runter! Lauf durch! Pullt den immer noch! Lauf durch! Lauf durch! Lauf durch! Wenn ihr spottet, dann alle vorn! Ich bin Gold! Neb mich noch! Hinter dir, Nico! Den musst du haben! Du bist so blind, Alter! Grundlinie! Zwei Grundlinie! Beide Grundlinie! Beide Grundlinie! Schade! Die spielen zu zwei Grundlinien, Lars! Ja, Mann! Die haben gute Anti-Görgeln! Egal! Die haben eben auch die Pistole verloren! Bart, machst du bitte Volleco? Ja! Darf ich dir mit dem Gesicht geben? Darf ich! Mach wie ihr denkt! Wir können kaufen! Wir müssen sowieso... Ich... Ich... Ja, mach richtig hartes jetzt! Mach gleich den Superschlitz! Kleine zählt einer! Ich hab getischt! Pop! Einer auf, Pop! Pop kommt hoch! Down! Kleiner hoch! Kleiner hoch! Treppen! Er ist schon Treppenmatten! Kommt da hinter euch, Pop! Laden! Was war das denn, ey? Weiter, weiter, weiter! Noch eine Spar! Ihr könnt wieder... Ja, die, die drei haben, können auf jeden Fall auch ne Piste kaufen! Ich mach wieder voll Spar! Probiert T bitte schnell raus! Das hat oft geklappt! Wenn man einfach rechts an der 6 vorbeiläuft, gesichtest du manchmal einem Z oder hinterm Spot! Einfach gutes Movement, ja? Tor kommt Z raus! Ich hab eine einzige Flash! Ich flash euch einmal weit! Osser den ganz raus! Also hinterm Spot! Flash kommt! Komm! Komm! Der ist Gold! Down! Down! MTW vor! MTW vor! 6 und! On-Spot! Landat! Down! Und 6 MTW vor! 6 MTW vor! Yo! Noch immer! Schade! Rechts von dir! Rechts von dir noch einer zu dir! Schade! Es ist echt gut zu Eco hier! Oh, los! Wir haben wenig Geld eigentlich, ja? Ich leg Nico! Ja, ich versuche einen Superschlitz! Rechts! Auf geht's, kommt! Machen wir! Ähm... Wir machen dann den Kleingo! Unsere Runde, Leute! Diesen Kleingo, ja? Scheiße! Hat jemand Molotow? Nein! Ja, ich hab Molotow! Sehr gut! Du musst den Molotow hinten an die 3 schmeißeln! Auch so weit, bevor du dann kommst, ja? Die anderen nochmal aufbauen und so! Und wir machen gleich dann Kleiner! Hopp off! Hopp Molotow off! Okay, wartet! Och, ist nur Molotow, ja? Okay, wir flashen da gleich mal, bevor wir da spielen, ja? Einer schon mal aufbauen, ohne Bombe mit Flash! Mitte gesmoked! Ich kann nichts machen! Get White war! Hat gemolotow oft! Spock mit der Eimer! Kommt zurück! Kommt zurück! Kommt alle, dass wir klein gleich da sind! Nico, du musst auch da sein! Wir machen eine große Rampe, dass du vor ist und ich flashe dir! So, jetzt muss einer Pop bereitstehen! Dass ich hier kurz flash... Dass du gehst runter, guckst! Und das war's, ja? Ja, geh doch mal einer hin! Ich geh! Und dann schon mal alle klein gehen! Hat Smoke einer? Kleine Rampe? Hat keiner! Hat einer zu hoch? Doch, 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 doch! Ich kann meine! Mai, schnell! Die anderen abhängen in der Zeit! Gut! Jetzt warten wir kurz jetzt noch in den Pop-Co! Und Nico, schon mal große gehen! Hält meiner noch an! Ey! Guck mal! Okay, wir gehen hoch! Großer! Großer! Go ran! Und jetzt in Mo! Wir probieren! Molotow zu 3 wenn geht! Einer schon nicht vorne! Und... Molotow zu 3 wenn geht! Einer! Get White 4! 3 bei uns! 4 down! 2 Leute 3! 2 Leute 3! 2 Leute 3! Einer vor Spot! Einer vor Spot! Totes Gold! Daumen! Noch einer Spot glaube ich schon! Spot vor! Spot Spot Spot! Down! Gegen eine Leute! Auf der großen Rampe! Großer Rampe runter! Auf Spot! Mittig! Max! Binder der 3! Egal! Ihr müsst die Waffen save! Sonst wenn wir alle sterben ist die Runde! Nico macht Death bitte! Wir sind zu zweit oben! Momme darf nicht hochgehen! Geh hoch! Geh raus! Geh raus! 2! 2! 2! 2! Abisch! Sehr gut! Sterntapsen! Nein! Überleben! Boah! Einen Drop bitte! Ich brauche auch einen Drop! Ich brauche auch einen Drop! David hat's! Ich habe eine Max gebraucht! Max du musst aber legen! Martin du hast Narbe! Ich habe keine! Ich brauche auch eine Waffe! Ich brauche auch eine Waffe! Ich brauche auch eine Waffe! Ich brauche eine Waffe! Danke! Okay wir machen jetzt diesen KG Go! Du musst faken vorher klein! Du kannst wieder wachen was du willst! Ich fake klein! Nehm eine Bombe mit von euch! David kommt mit mir mit! Ja ich stehe schon! Gut! Sehr sehr gut! KG noch nicht vorher zeigen! Oder ihr macht mit! Ich gehe rum! Ich gehe rum! Fuß auf Zaun! Einer get right! Keiner am Standard Brand gewesen! Okay alle bereit? Für KG? Nein! KG einer links gesehen! Rechts zur Seite jetzt! Hat ihr euch schon gesehen? Ja mich nur! Warte kurz abdecken! Warte kurz abdecken! Wir müssen bei 30 Sekunden den Go machen! Und dann müsst ihr das! Ne bei! Wir machen den bei! Bei 35 ungefähr! Oder bei 40! Und dann müsst ihr durchlaufen da ja! Dann hoffen wir dass die vorne sind! KG-Go oder unseren Go? Ja KG-Go! Ich smoke jetzt einmal! Dann mache ich gleich die Pop-Doc-Fash! Dann gehst du kurz gucken! Geht ihr bitte vor! Dann gehst du kurz gucken! Körbrücken! Ich gehe mal nach hinten Martin! So! Noch nicht KG vorgehen! Jetzt einmal kurz anfangen! Und dann kommt gleich wieder hoch David! Da war einer! Da war einer! Komm David! Komm David! Schnell! Wir machen jetzt den Go Martin! Ich flash jetzt einmal raus! Ich habe das Teil angefragt und jetzt könnt ihr Go machen! Flash rechts! Einer will gleich von hinten kommen Martin! Einer von hinten! Einer von hinten! Von hinten! Safe call! Da haben wir hinten! Und durch! Sehr schön mal! Fokus! 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 Einer hinten! Drei! Drei! Gibt es doch! Drei! 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 Da steht eh kleine Rampe wieder offensiv! Ja! Da steht immer get right! Versuch! Gibt ihm Gesicht! Geht ihm Waffe vor am besten! Ja! Drei per Marken! Ich hab... Hä? Ich hab stone! Ja! Drei! Dann mach du vorher! Der hat doch Kevlar! Der hat aber besser in Spawn! da steht rechts in dem spot mit gegen mit alle gegen einer ct groß rampe klein kann unterschleichen kleine rampe zwei hinter drei ct grundlinie 23 ich kann auch nicht mehr machen wir haben können die runde man hat schweilte haben können wieder stark gegen die ganze arbeit gehen wir haben ja hier können wir den kleinen kontakt spielen bitte mit aber im zoom ja aber lasst er macht kg feuer anfang anfang war man muss die aber auch schnell zurück dass ihr früge noch haben wir müssen doch wieder da sein ja ja ich bin schon im zoom der ist links lassen geht jetzt hast du eine flash nico nein wir müssen beide runter könnte unterstehen ja vielleicht kommt dabei nicht weiter wir müssen jetzt müssen jetzt sein kontakt ja jetzt könnte es ob es sein vor ich lege ich weiß nicht irgendwo hinten Nein, ich wurde, sorry. Nein. Gerade. Warte mal. Ich krieg keinen Down, Mann. Weiter, Max. Die Lave Mitte, ich geh raus. Ich geh zur 6. Hinter 6, ok? Ja. Ja. Wollen wir versuchen mit Down voraus gehen, Stark? Ja, ich probiere weiter schnell raus zu gehen. Kann einer flashen von hinten schnell? Okay, lass mich vor, damit ich... ...laufen kann. Hopp geht meistens off. Einer hat Pop. Pop off. Pop off. KG hat geht. Pop off, down. Ich kann nichts machen, Alter. Läuft der gerade mit dem Molotov-Dead. Eine MTW. MTW. Das Spot und Switch und... ...overall. Hinter dir können wir schnauern. Lass eine ECO machen. Wir könnten leicht eigentlich immer einen picken. Einer kommt immer Pop off und die anderen spielen immer Death. Einer Z, einer MTW und einer wahrscheinlich Spot immer. Ja, müssen wir das Pop nochmal probieren. Oh, sorry. Am Ende müssen wir wieder klein gekleinen. Das hat eigentlich immer geklappt. Das war so ärgerlich, Mann. Das war noch mal. Zwei Leute aim, kleine rein. Molotov, clear out. Pop off wieder. Pop raus. Einer fällt hin. Einer fällt, Max. Chill. Hinter die Pop. Zwei Leute waren kleine. Off. Schöne Runde. Auf geht's, Mann. Nico, was du aber? Ne, hinten Max soll liegen. Der hat genug Geld. Du gegen. Wieder Molotov. Auch Molotov. Okay, ich hab auch zwei Flash. Also gut, tapsen und da wollen wir gleich Dingens runter Pop. Ich Flash euch. Wir versuchen da den Early Flash zu ziehen. Wenn Molotov ist, sofort zurück. Da, äh, Nico, du probierst für dich so, ja? Kannst du nur noch KG noch einen mitnehmen. Und am Ende bitte klein gehen. Pop drinnen schon. So, Flash kommt. Einer auf, auf, auf der 6. Ich hab 20 HP. Ich hab 20 HP. Einer auf der 6 gewesen. Jetzt Richtung Spot. Du hast die Bombe. Du hast die Bombe. Ja, ich geh zurück. Ich hab KG gefakt. Die ist zweit klein. Ich hab eh einmal klein auf. Was wollen wir machen? Ja, wir gehen klein. Also ich smoke und dann geht ihr noch mal Pop Dog runter, ja? Kann ich smoke, kann ich mal einer smoke? Nein. Nein. Ja, ich hab. Gut, du musst kleine smokeen. 21 HP runter. Max, ich probier noch mal. Einmal so. Soll ich? Ja. Warst du Bombe? Ja, bitte. Sorry. Mal so runter. So, da. Du musst große rampieren. Ich flash dir jetzt raus, ja? Und. Ich tapse ihn dir als erster. Schnell. Jetzt. So. Flash einmal weit jetzt. Na, grün. Na, grün. Daumen. Neuner Spot. Daumen. Neuner rechts bei der Strokempfung. Leiter, Leiter. Unter der Leiter. Hey, Mann. Das war aber auch wieder obvius. Warst du blind? Ja, aber wir hätten trotzdem machen können. Ja, das ist viel so obvius. Ja. Aber ich hätte ihn haben können dann. Max hätte, wenn er schneller raus wäre, auch 2 und 2 wieder gehabt. Wir haben immer 2 und 2s, aber wir verkacken dann x und x. Ist halt so. Zu erinnern, dass wir vielleicht eine Überzeugung haben. Ja, trotzdem. Es dauert immer zu lange, bis wir da dann letztendlich den Go machen. Das ist so obvius. Ja, dann sag jetzt was an wieder. Los. Zauberhausen gut. Nö. Dann zum Beispiel einfach mal Kaga in Kontakt. Kontakt spüren nochmal vielleicht. Mal machen. Smog dir die 6 Smarten in der Mitte und flirn das Kaga. Ja, ich krieg Headshot in der Loft. Pop unten. Er aimt mir nicht links. Molotov ist auch. Na, bam. Wir aim ihn ab. Der ist da. An der Ecke. Sauber. Komm, lass Kontakt. Ich flash links. Darf ich die Bombe schnell? Die anderen sind gleich KG durch. Sonst ist da kein Problem. Ich flash nicht. Kaga rechts. Er ist halt. Einer hat. Zwei. Doppelkaga. Ey, dann geh bitte in die Beide da rum. Keine Runde, der. Schade, Alter. Schön gespielt. Ich glaube, P hast ihn abgetragen. Sechzig. Schade, Digga. Ich hab... Hör auf, draw, wenn ich nicht loskomme. Geld. Versuch, Mitte war schnell. Ich weiß es echt nicht. Also ich fake an und dann wird wahrscheinlich Molotow kommen und dann... Um mich wieder zurückzukommen. Bitte nicht warten. Einer Pop Low. Gute Hits auf jeden Fall. Aber leider auch Low. Im Pop ist der glaube ich drin oder Pop Train. Wollt ihr Pop Flash haben? Pop Train wahrscheinlich. Wollt ihr Pop eine Flash haben? Wenn einer T-Mitte Pop flasht und ich Pop, dann können wir den vorne taken. Einer ist Pop, komm David. T-Mitte da. David komm. Ich flash jetzt einmal auf Pop. Einer zwischen... Sechster Kupplung. Geht eventuell Overhaul. Slash einmal Spock. Brauche gehen, aber... Sechster Kupplung, Sechster Kupplung. Sechster Kupplung immer noch. Ich bin blind. Da und einer. Grundlinie in der Arbe sind. Ich lege. Ich bin over... Ich bin CT Overhaul. Deck hinten in Pop. Switch. Set is low. Weitere Zett. Wirf Def. Martin hat's über dir. Immer noch wirf Melo. Ich bin alle am Monotox heben. Ich hab ihn auf jeden Fall. Ich bin schon klein. Fett raus. Okay, ich bleib Def. Du musst... Ich bin weg. Martin hat... Weitere Loh. Ich kann jetzt hinkommen gleich. Mach mal der Defused. Ja. Defused. Links vom Spot liegt die. Ey, früher schaff's nicht. Ey, früher schaff's nicht. Ey, 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 ja. Prefiled, Michal. Wieder nur eine... Kanazer. Ja, T-Mitte und Pop jetzt auf Gesicht. Delayed, ja. Geht Pop schon mal rein. Wenn er nicht off ist. Ich flash einmal gegen. Ja, wir müssen... Wir müssen Pop instant runter sein. Das können wir gar nicht rein. Und T-Mitte gehen wir dann einfach alle rechts, ja. Und dann vor. Flash von hier hinten. Ich rede vor. Ich rede vor. Ich rede vor. Pop drin. Einer Pop drin und einer Strom. Strom, Strom, Strom. Strom, Strom. Strom, Strom. Auf der 6 und Overhaul. 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 Die 1. Z. Z. Ich hab Low. Der ist Z. Hol die Bombe. Hol die Bombe schnell hin. Er kommt wahrscheinlich jetzt schon... Er kann schon schnell grunden hier kommen. Leg das grunde, den ihr nicht sieht. Und... Der ist wieder Z. Warte mal. Raus, aus dem Spot. Ich geh klein. Ich geh klein. Insel. Ey. Alles. Er hat... 50 Schaden. Er ist Z drin. Er ist Z drin. Ehmt jetzt. Ja. Wie viel Zeit hab ich? 40. 40. Warte, wenn ich nach oben springe, nein geh. Weiß ich nicht. Ich glaub schon. 20. Crispy. Ja. Trotzdem gut eigentlich. Leider wechseln nix. Bf. Kackt der jetzt mal. Bf. Bf. werde weiter. Des 알�erteidore.